Hallo, liebe Freunde und willkommen beim DigitalFolks. Ihr habt wahrscheinlich auf dieses Video geklickt, weil ihr wissen möchtet, wie ihr eure Switch richtig neu starten, also Reboot machen könnt, richtig ausschalten könnt, also nicht nur immer diesen Standby-Modus. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt kurz. Wir gehen nochmal ganz kurz auf den Standby-Modus ein. Das weiß wahrscheinlich jeder, und zwar hier unten ist dieser Power-Knopf. Wenn wir da drücken oder gedrückt halten oder irgendwas, dann kommt da einfach nur der Standby-Modus, der Konsole wird jetzt aktiviert. Und drücke Home-Button, um den Standby-Modus zu beenden. Der Standby-Modus kann auch in den Schnelleinstellungen aktiviert werden. Home-Button gedrückt halten. Okay, Standby-Modus, da wollen wir jetzt aber nicht hin. Halten wir jetzt mal den Home-Button hier gedrückt, und dann kommt hier auch wieder nur Standby-Modus. So, ihr wollt das Ganze natürlich aber richtig ausschalten, um eventuell Strom zu sparen, wenn ihr irgendwie unterwegs seid und erst dann zocken möchtet, wenn ihr auch wirklich zocken möchtet. Und dafür halten wir hier oben den Power-Knopf für drei Sekunden lang gedrückt. Also 21, 22, 23. Und jetzt seht ihr es schon, hier haben wir den Standby-Modus wieder, haben die Power-Option, da können wir jetzt entweder mit dem Touchscreen oder mit dem A-Knopf draufdrücken. Und jetzt haben wir hier die zwei Optionen mit Neustarten oder Ausschalten. So, wenn ihr sie natürlich richtig ausschaltet, dann spart ihr auch eine Menge Strom. Wir wollen das Ganze jetzt aber hier einfach nur mal schnell neu starten. Vielleicht hat sich ein Spiel bei euch einfach so aufgehängt, oder irgendwas mit den Einstellungen spinnt, oder irgendwas. Und ihr möchtet einfach nur mal testen, wie das Ganze ist, wenn das Ganze jetzt neu gestartet ist. Und so könnt ihr das natürlich machen. Wie gesagt, immer wieder, wenn ich die Switch in die Hand nehme, überlege ich, hä, wie war das jetzt eigentlich nochmal? Hat das bei euch funktioniert? Oder hat euch der Tipp geholfen? Dann wäre es super nett, wenn ihr mir einfach ein Danke oder Grüße in die Kommentare schreibt. Lasst mir auch einen Daumen nach oben da. Und ja, falls ihr irgendwelche Einstellungen oder sonst irgendwas von mir gerne mal erklärt haben möchtet, könnt ihr das natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Video, liebe Freunde. Bis dahin, euer Digitalfuchs.